Hey Leute und herzlich Willkommen bei GTA 5. Keine Angst, ich werde jetzt kein Let's Play davon machen, das ist eher jetzt eine Art von Testaufnahme. Ich will einfach nur ausprobieren, wie gut sich das ganze Spiel aufnehmen lässt, rein von der Performance her. Deswegen werde ich jetzt einfach herumfahren und irgendwelchen Quatsch machen, weil ich es kann. Ich habe ja bis jetzt Story-mäßig noch nicht allzu viel gespielt. Trevor ist mittlerweile auch ein spielbarer Charakter, der Typ ist so abgefahren und krank. Ich liebe Trevor! Was dafür mache ich da? Autsch. Seht ihr das? Das ist mein Blut. Meins. Ganz allein. Wie gesagt, ich renne jetzt einfach nur durch die Gegend und mache irgendwelche Sachen. Können wir die Dinge in die Luft springen? Nee, aber da kommt Öl raus. Können wir das Öl anzünden? Das geht! Ich finde die kleinen Details so genial. Okay, es explodiert doch. Ähm. Okay, und wir haben die Bullen am Hals. Warum greift ihr mich jetzt an? Leute, habt ihr keine anderen Probleme hier? Hey, aufpassen. Schön sprechen hier. Take cover, cabrones, jetzt! Yeah! Verdammt! Lass mich los! Lass mich los! Wir wurden gerade von einem Hund getötet. Yay! Was mir gerade auffällt, ist, dass das Spiel jetzt nur mit 30 FPS aufgenommen wird. Muss ich das erst in den Optionen ändern? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich hätte es auf 60 Frames gestellt, aber aus irgendeinem Grund. Ja, egal. Ja, schon gut. Meine Güte, hast du noch nie eine Waffe gesehen? Feige Hunde! Hm, die Uhr ist schick. Kronos. The End of Time. Das ist... Ich finde auch die Werbungen alle so geil. Okay, was machen wir denn? Ich schaue mir mal kurz die Karte an. Wir könnten... Wir könnten... Sollen wir irgendein Rennen machen? Ich mache mal so ein Stuntplane. Time Trial. Das heißt, ich brauche einen Untersatz, eine Fahrbahn. Der sieht schick aus. Alter, keine Ahnung, ist das ein Shabby? Oder so Cadillac-mäßig? Lady, vielen Dank für das Fahrzeug. Okay, unterwegs zum Rennen. Bloß keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Nicht, dass uns schon wieder die Bullen verfolgen. Ähm, hallo, wenn man vom Teufel spricht. Mann, ihr fahrt ja alle in die falsche Richtung. Ich sollte vielleicht... Kurze Moment, ich werde mal das Radio ausmachen, da ich das Gefühl habe, dass ich so ziemlich schnell einen Copyright-Strike bekomme. Okay. Ähm, das ging doch irgendwo hier. Ah, da, Radio off. Okay. Ich kann in der Zwischenzeit Beatboxing betreiben. Und das war's auch wieder. Mehr kann ich nicht. Und selbst das war nicht gut. Okay, wir fahren auf der Autobahn. Was ist das da oben? War das gerade eine Hundestatue? Tatsächlich. Mann, kannst du nicht aufpassen, wo du hinfährst? Nimm das! Aha! Und das! Mach mal, du verdammt, morass! Na, wie gefällt dir das? Nein, das Spiel macht mich nicht aggressiv. Gar nicht! Ein bisschen vielleicht. Nein, überhaupt nicht. Ich finde es ziemlich lustig. Ja, lustig. Ihr habt richtig gehört. Ja, ich fahre über die Autobahn. Und das mit meinem Größenwahn. Und in den Gegenverkehr. Ja, das war sinnlos. Quer fällt ein. Mal dem ganzen Verkehr hier entkommen. Sonst stehen wir noch im Stau. Rehe! Rehe! Oh! Reh! Reh! Bleib stehen! Reh! 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 Ist das ein Reh? Das ist doch ein Reh! 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 Das ist doch ein Reh! Oder ist das eine Reh? Was heißt hier? Okay. Das ist mein gewöhnlicher Weg zur Arbeit. Hasen! Nein, nicht überfahren! Oh Gott! Uäh! Ich spiele übrigens mit Maus und Tastatur. Ich finde, das haben sie ziemlich gut umgesetzt. Das lässt sich alles relativ weich steuern. Ich habe das Gefühl, unser Wagen macht seltsame Geräusche. Warum bloß? Vorsicht! Aus! 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 Irgendwie gefällt mir der Wagen hier. Moment, Sir! Sir, ich würde Sie kurz bitten hier stehen zu bleiben. Bleib stehen! Bleib! Du wagst es. Ich krieg dich. Ich krieg dich! Aus dem Weg! Äh, da war eine Kuh. Das sind ja noch mehr Kühe. Oh, da vorne ist er. Vorsicht! Nein! Ich will diesen Wagen! Bleib stehen! Junge! Bleib stehen! Hey, du bist echt hartnäckig. Was denn? Nur weil ich die Waffe gezogen habe? Hey, let's do this thing! Lebt er noch? Hey, my whip! Ich glaub, der lebt noch. Ich glaub, der lebt noch. Ah, verdammt! Ich will das Auto! Ich werd mal kurz eleganterweise auf die Pistole wechseln. Und wie ist es damit einfacher? Ups, Entschuldigung! Wo ist er denn? So. Ähm. Hey, Noll! Stehen bleib! Yeah, man, look. I'm gonna leave you for the ambulance, alright? Was? Du lass denn für die Ambulanz hier? Ob die noch was helfen wird? Warum ist eigentlich das Radio wieder an? Ich hab doch gesagt, Radio aus. Ach, muss man das jedes Mal pro Auto dann einstellen? Oder? Ach, keine Ahnung. Egal, ich bleib jetzt mal in dem Wagen. Mann, mein schöner neuer Wagen. Ach, da, die Bullen. Hey! Guten Tag, Officer. Was für ein schöner Tag, nicht wahr? Ich glaub, ich muss hier weg. Aus dem Weg, Leute. Ähm, weg. Äh, äh. Okay. Äh, ähm. Hat sie grad gesagt. Okay, wir sind, glaub ich, bald da. Da, wo ich hin möchte. Ich werd hier mal querfeldein die Straße nehmen. Autsch. Ja, lass mich doch in Ruhe. Oh, ich will auch nur ein Rennen fahren. Meine Güte. Die Justiz hindert mich am Aussüben meines Hobbys. Geht das grad nicht, solange ich die Bullen am Hals hab? Ich vermute mal. Hey. Oh, da ist ein zweiter drin. A 245. Hier, ähm. Ähm. Ja. Ich glaub, ich muss hier weg. Was heißt hier Kill? Ich dachte, ihr solltet mich festnehmen und mir meine Rechte vorlesen. Du kriegst gleich eine Rechte. Oh, Coyote. Tote Coyote. Oh, jetzt kommen sie auch schon mit Helis an. Man kann ja auch sich so verstecken im Auto. So. Nur keine Ahnung, ob das jetzt noch irgendwas bringt, wenn der Heli hier oben rum schwebt. Ne, das bringt gar nichts. Weg. Weg, 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 weg. Oh, oh. Ob ich das Auto noch gut weiterverkaufen kann? Er weiß. Hm, Motorrad wär jetzt aber auch nicht verkehrt. Ähm. Verdammt, verdammt, verdammt. Nein. Ich will auch nur das Motorrad. Jetzt hab ich ihn erwischt. Oh. Geschickt abgerollt. Mann, wie es schon aussieht. Lauf. Lauf, Franklin. Hol dir das Motorrad. Es steht dir zu. Du schaffst es, du schaffst es. Weg, 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 weg. Und jetzt rein ins Gemüse. Kommt weg von hier. So ist gut. Immer weg. Und der Heli ist genau über uns, seh ich grad. Oh, Entschuldigung, Pyote. Das war jetzt wirklich keine Absicht. Diesmal. Rein in die Stadt. Zwischen die Gebäude. Mann, der Heli ist ja immer noch über uns. Da. Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Ähm. Weg, weg, weg. Gibt's hier ein Boot? 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 Kein Boot. Verdammt. Ich muss hier weg. Nein. Lass mich in Ruhe. Autsch. Okay Leute, wie gesagt, das war jetzt nur eine Testaufnahme, um ein bisschen Blödsinn aufzunehmen. Ich glaube, dafür hat es gereicht. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, sagt mir Bescheid. Ansonsten macht's gut. Eure Neues. Untertitelung des ZDF, 2020